Mein Name ist Marc Krebs, ich bin Mitgründer von Tide Ocean. Wir sind eine Firma aus der Schweiz. Unser Firmenkonzept ist relativ einfach. Wir geben Abfall einen Wert. Und zwar wollen wir die Meeresverschmutzung durch Plastik eindämmen, indem wir den Plastikmüll in ganz betroffenen Regionen, zum Beispiel in Südostasien, einsammeln, sortieren, waschen und rezyklieren. Ganz wichtig für uns ist der soziale Impact. Wir geben Abfall einen Wert, indem wir die Küstenbewohnerinnen und die Fischer und die Communities einbinden. Das heisst, wir zahlen ihnen faire Löhne, animieren sie dazu, den Müll einzusammeln, zu uns zu bringen, so dass wir diesem dann ein zweites Leben geben können. Dieses zweite Leben, und hier kommt der innovative Ansatz zum Zug, ist von hochwertiger Qualität. Das heisst, unser Rohmaterial kann man in ganz verschiedenen Produkten, in ganz verschiedenen Branchen einbauen, ohne dass man Verluste erleiden muss. Wir sind zum ersten Mal an der Facuma und sind sehr stolz, hier zu sein und unsere Tätigkeit vorstellen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.